Nach den fulminanten Jahresendrallye sind wir ein bisschen ruhiger ins 2024 gestartet. Was bringt den weiteren Jahresverlauf und was wird das Börsenjahr prägen? Geschätzte Damen und Herren, nach dem Jahresschlussspurt mit erfreulichen Gewinnen haben die Märten im Januar einen Schwung verloren. Der Weltaktienmarkt konnte aber trotzdem über 1% zulegen. Bei der Schweizer Börse und Schweizer Immobilien resultiert ein Gewinn von jeweils rund 2%. Nicht mithalten können, haben hier die Obligationen. Da die Zinsen seit Ende 2023 wieder ein bisschen angestiegen sind, schliessen sie mit leichten Verluste. Die Zinsen werden auch in den nächsten Wochen ein zentrales Thema bleiben. Auch wenn das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht ist, halten wir die Hoffnungen, dass die Notenbanken bereits im März die Zinsen wieder senken, als verfrüht. Viel eher werden die US-Notenbank und auch die Europäische Zentralbank erst im zweiten Quartal einen ersten Schritt machen. Die Schweizerische Nationalbank dürfte sogar noch ein bisschen länger warten. Damit steigt das Enttäuschungspotenzial an den Markt. Wir bleiben darum vorsichtig und halten einen erhöhten Anteil im Geldmarkt. So bleiben wir flexibel und können im Jahresverlauf attraktive Einstiegsmöglichkeiten an der Börse nutzen. Erste solch Möglichkeiten könnten die aktuell laufende Berichtsaison zum vergangenen Geschäftsjahr bieten. Für den Moment setzen wir stark auf Schweizer Aktien, die mit ihrer Qualität und Innovationskraft überzeugen. Mit den Aussichten auf sinkende Leitzinsen sind Obligationen, Immobilien und alternative Anlagen wichtige Bestandteile von jedem Portfolio. Schaut man auf das Verhältnis von Risiko und Renditen, sind sie mindestens so attraktiv wie Aktien. Was bedeutet das für uns Anlegerinnen und Anleger? Der Inflationsdruck wird weiter anhalten. Darum ist es vor allem wichtig, dass sie ihr Geld nicht unter dem Kopfkissen liegen lassen, sondern dass sie investieren. Die Sparzinsen kompensieren noch immer nicht die Inflation. Damit ist man als Sparer der Wertminderung durch die Deuerung ausgesetzt. Nur mit Investieren haben sie die Möglichkeit auf eine Wertvermehrung. Die Angst vor dem falschen Einstiegszeitpunkt können sie gut umgehen, wenn sie über Zeit gestaffelt investieren. Das ist auch für 2024, gerade bei einem langfristigen Anlagezeitraum, ein wertvolles Erfolgsrezept. Liebe Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.